Ja! Hat er dich geschickt? Ihr könnt beide Zeile gehen! Niemand betrotzt dich! Ja! Mir geht's gut! Du solltest schnell reden! Deine Hände fangen an zu schwitzen! Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar! Es muss dein Cop sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik! Wer hat Cop erledigt? Du? Nein, ich hab jemanden angeheuert! Wien? Einen Profi! Wir treffen uns morgen um zwei! Im Atrium des Einkaufszentrums! Du erkennst ihn schon! Warum war Miller hier? Bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir! Vorsicht, Fred! Wenn du mich linkst, bist du Matsch! Klar! Klar! Shit! Mark, hier schießt jemand! Ropan hat's erwischt! Was zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde! Geräusche... ... ... ... ... Komm! Komm! Das war's für heute. Nassi! Nassi! I'm good! I'm good! Verdächtige Gesichter! Position halten! Bewegung! Bewegung! My old friend! I really don't mind. You understand? I'm so excited to learn! I'm so excited! Go, go, go! I'm so excited! I'm so excited! It's a good thing! Der Aufzugsschacht ist der schnellste Weg. Der einzige Weg daraus. Du musst den Lift in Gang setzen, egal wie. Der Aufzugsschacht ist der Weg. Sie ist verrufen, Schlag. Öffnet niemand. Jack Knife hat wohl recht gehabt, dass Rope Burn dahinter steckt. Ich frage mich, wer dieser Profi ist. Ich versteig dein Signal. Such du einen Weg. Schlag. Untertitelung des ZDF, 2020 UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020